Das erste Werk, was die kapitalistische Bücherei vorstellen möchte, soll das in Anlehnung an Karl Marx als kapitalistisches Manifest gepriesene Werk zwei Abhandlungen über die Regierung 1689 von John Locke 1632 bis 1704 sein. Hintergrund Auch wenn es kein Manifest im eigentlichen Sinne ist, so hat es doch für die Entwicklung der liberalen Demokratie und des Kapitalismus einen begründeten Stellenwert. Vieles, was für die Ideen dieser Systeme auch heutzutage noch prägend ist, war bereits in diesem philosophischen Werk zu finden. Dem Buch wird zudem nachgesagt, dass es die englische Gesellschaftsordnung nach der Glorious Revolution 1688-89, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 1776 und die französische Revolution 1789 maßgeblich beeinflusst hat. Locke wusste um den Sprengstoff dieses Werkes. Er veröffentlichte es daher anonym und verriet selbst seinen engsten Vertrauten nicht, dass er der Urheber war. Erst nach seinem Tod wurde dies festgestellt. Über das Werk Die erste Abhandlung ist vor allem eine Kritik an dem Werk Patriarcha 1680 des englischen Theoretikers Sir Robert Filmer 1588 bis 1653. Die zweite Handlung stellt für die kapitalistische Rezeption den wichtigen Teil dar. In diesem rechtfertigt und begrenzt John Locke die Macht der Regierung theoretisch. Er geht dabei von einem prägesellschaftlichen Naturzustand aus und zieht unter Berücksichtigung der Vernunftbegabung des Menschen Rückschlüsse auf die Rechte des Individuums und rechtfertigt damit und mit Hilfe eines Sozialvertrages die Existenz von Regierungen. Locke war allerdings auch ein Kind seiner Zeit, was man diesem Werk anmerkt. So finden sich auch einige Gedanken, die mittlerweile abgelehnt oder anders hergeleitet werden. Die Gedankengänge sind in Paragraphen geordnet. Über den Beitrag Es werden zentrale Gedanken aus Locke's Werk zusammengefasst und anschließend herausgestellt, wie diese sich mit modernem Verständnis von Kapitalismus decken. Aufgezeigt werden soll, wie das Selbstverständnis des Kapitalismus sich bis heute im Wesentlichen nicht verändert hat. Der Naturzustand Nach Locke befindet sich der Mensch im Ursprung in einem Naturzustand. Dieser Zustand wird beschrieben als ein natürlicher Zustand der vollkommenen Freiheit und der Gleichheit. Paragraph 4 Da alle Menschen in diesem Zustand gleich und unabhängig sind, haben sie alle von der Vernunft her ein gleiches Recht auf Leben, Besitz, Gesundheit und Freiheit. Paragraph 6 Die natürliche Freiheit gilt hier als Freiheit von jeder höheren irdischen Gewalt, sodass man weder dem Willen noch der Gesetzgebung eines anderen Menschen unterworfen sein darf. Eine Beschränkung der Freiheit ist damit nur durch eine freie Übereinkunft legitim. Paragraph 22 Auch wenn nicht jeder kapitalistische Theoretiker der schöpferischen Naturrechtslehre Locke folgt, so enthält der Naturzustand Fundamente des Kapitalismus. Die Gleichheit vor dem Recht, die natürliche Freiheit, verstanden in einer negativen Definition, Freiheit von etwas, zum Beispiel frei von Zwang und Gewalt. Die Achtung der elementaren Menschenrechte leben, Freiheit und Eigentum und damit verbunden das Verständnis von Menschenrechten als Abwehrrechte sowie die Achtung von Vertragsfreiheit. Der Kriegszustand Locke war bewusst, dass sich nicht alle Menschen von selbst an die Rechte halten werden. Dennoch ist der Zustand der Freiheit keine Anomie. Paragraph 6 Wenn ein Mensch einem anderen schadet, so befinden sich beide im Kriegszustand. Dies schließt die Tötung eines einfachen Diebes explizit mit ein, solange der Angegriffene davon ausgehen muss, dass nicht nur sein Eigentum, sondern auch die eigene Freiheit und das eigene Leben in Gefahr sind. Paragraph 18 Auch hier finden sich zwei für den Kapitalismus wichtige Grundsätze. Den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und das Recht auf Selbstverteidigung Notwehr. Womit dann selbst Tötungsdelikte einen Rechtfertigungsgrund erhalten können. Allerdings betont Locke, wie auch viele moderne Vertreter des Kapitalismus, dass die Selbstverteidigung dann ihr Ende findet, wenn der Angriff abgewehrt ist und nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich der Angriff wiederholt. Neutrale Autorität Dass jeder sich selbst verteidigen darf, sieht Locke auch als Problem an. Ihm ist klar, dass ein jeder gegenüber seinen Feinden parteiisch ist und diese daher unverhältnismäßig hart bestrafen wird, wenn er Richter in eigener Sache ist. Um diesen Nachteil entgegenzutreten, soll eine bürgerliche Regierung eingesetzt werden, die als neutraler Richter zwischen den verfeindeten Parteien vermittelt. Paragraph 13 Ohnehin hilft das Zusammenschließen in Gesellschaften dem Kriegszustand vorzubeugen, da hierin eine neutrale Autorität an der Macht gesehen wird. Gleichzeitig wird mit dem Eintreten in eine Gesellschaft den Naturzustand verlassen. Paragraph 21 Das Verhältnis von Kapitalismus zu Staat war von Beginn an ein sehr angespanntes. Locke zeigt hier einen Vorteil von Staaten, über die Belange von Bürgern als neutraler Richter entscheiden zu können. Er übersieht dabei allerdings, dass der Staat selbst ein Akteur ist und damit zwar neutral zwischen Bürgern vermitteln kann, aber nicht neutral zwischen sich selbst und den Bürgern. Arbeit und Eigentum Jeder Mensch hat nach Locke das Eigentum an sich selbst und damit auch Eigentum an seiner eigenen Arbeit. Paragraph 27 Darüber hinaus wird weiteres Eigentum angeeignet, indem das Individuum seine Arbeit mit Materialien in der Natur vermischt, da er damit dem wertlosen Objekt der Natur etwas hinzugefügt hat, also wertschöpfend tätig war. Paragraph 28 Die Bedingung des menschlichen Lebens, dass er essen muss und die Nahrung vor dem Essen immer jemand gehört, macht Privatbesitz notwendig. Paragraph 35 Des Weiteren ist nach Locke Arbeit der wichtigste Faktor bei der Wertschöpfung. Paragraph 40 Schon Locke erkennt das Selbsteigentum und das Prinzip der Erst-in-Besitz-Nahme, auf denen die ökonomische Theorie des Kapitalismus beruht. Locke bahnt zudem hier erste Überlegungen zur Arbeitswertlehre an, welche sich spätere Ökonomen und Philosophen wie z.B. Adam Smith 1723-1790, David Ricardo 1772-1823 und Karl Marx 1818-1883 bedienten. Die Arbeitswertlehre entpuppte sich allerdings als Fehlkonstruktion und wurde erst u.a. von Karl Menger 1840-1921 durch die bis heute gültige subjektive Wertlehre Grenznutzen ersetzt. Verantwortung Erwachsensein heißt für Locke, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und nur selbstverantwortlich kann die natürliche Freiheit wahrgenommen werden. Paragraph 61 Die Unabhängigkeit eines Menschen begründet er durch die Vernunftbegabung des Menschen. Paragraph 63 Schon Locke erkennt, dass Selbstverantwortung und Freiheit untrennbare Zwillingsbrüder sind. Das eine kann unter das andere nicht bestehen, was auch durch moderne Vertreter des Kapitalismus immer wieder betont wird. Er erkennt auch, dass Kinder noch nicht ihre Freiheit wahrnehmen können, da sie für die Selbstverantwortung noch nicht reif genug sind, weswegen Kinder z.B. nicht in der Lage sind, weitreichende Entscheidungen zu treffen. Die Vernunftbegabung wird ebenfalls als Voraussetzung zur Freiheit und daher auch zum Selbsteigentum erkannt. Auch dies wird von modernen Kapitalisten ähnlich gesehen. Die Entstehung von Gesellschaften Die Menschen sind nach Locke gleich und unabhängig und gleichzeitig auch für die Gesellschaft geschaffen. Paragraph 77 Wie auch die eheliche Gesellschaft durch einen freiwilligen Vertrag geschlossen wird, Paragraph 78 Wird auch die politische Gesellschaft durch eine freiwillige Übereinkunft begründet, Paragraph 95 Kinder werden nicht durch Geburt, sondern durch freiwillige Zustimmung nach ihrer Volljährigkeit zu Mitgliedern einer Gesellschaft, Paragraph 116 Fälschlicherweise wird dem Kapitalismus und dem Liberalismus oft vorgeworfen, er möchte eine hyperindividualisierte und atomisierte Gesellschaft hervorbringen. Allerdings werden die Vorteile von einem freiwilligen Zusammenschluss von Individuen zu einer Gesellschaft früh betont, was sich auch bis heute nicht geändert hat. Gleichzeitig lehnt Locke hier auch Kollektivverpflichtungen und Kollektivstrafen ab. Jeder Mensch kann nur für sein eigenes Handeln Verantwortung übernehmen. Kollektivistische Strafkonzepte wie z.B. Kontaktschuld werden damit im Kapitalismus vollkommen abgelehnt. Der Sinn und Zweck von Staaten Das Wesen des Menschen und seine Rechte, d.h. Leben, Freiheit und Eigentum, lassen sich nach Locke am besten in Gruppen verteidigen, da ohne Organisation feststehende Gesetze, neutrale Richter und eine Gewalt, die den Richtspruch durchsetzt, fehlen. Das Hauptziel des Staatswesens ist damit die Verteidigung von Leben, Freiheit und Eigentum unter Gewährleistung der drei im Naturzustand fehlenden Elemente. § 124 Mit dem Eintritt in die Gesellschaft verlässt der Mensch den Naturzustand und gibt damit die Gleichheit und die vollkommene Freiheit auf und verzichtet auf Teile seiner eigenen exekutiven Gewalt, damit die Gesellschaft dies für ihn übernehmen kann, wodurch nach Locke Eigentum und Freiheit besser gewährleistet werden können. § 131 Locke sieht die Notwendigkeit von Gewaltenteilung, durch die die Gemeinschaft auch dem Naturzustand überlegen ist. Der Staat hat lediglich die Aufgabe, Leben, Freiheit und Eigentum zu schützen. Auch dies sehen moderne Kapitalisten ebenso. Einige stellen aber in Frage, ob der Staat für diese wichtige Aufgabe die beste Organisationsform sei. Die Rebellion Grundsätzlich gilt, dass bei ungerechter und ungesetzlicher Gewalt ebenfalls Gewalt entgegensetzt werden darf. § 204 Wenn die Legislative den Zweck, für den sie eingesetzt wurde, missbraucht, so macht sie sich der Rebellion der Bürger schuldig, da sie sich durch ihr Handeln gegenüber dem Bürger in den Kriegszustand versetzt hat, die sie ja eigentlich beschützen sollte. § 227 Daher lassen sich Regierungen, die willkürlich, tyrannisch oder ohne feststehende Gesetze sind, nicht mit dem eigentlichen Zweck von Staaten vereinbaren. § 137 Wenn der Staat seiner Aufgabe, Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum, nicht nachkommt, dann hat er versagt. Die Konsequenz daraus, die Regierung muss abgeschafft und durch eine bessere ersetzt werden. Dazu müssen die Bürger natürlich in der Lage sein. Kapitalisten stehen daher auch für ein Recht auf individuellen Waffenbesitz. Mehrere 100 Millionen Tote im 20. Jahrhundert, die durch unrechtmäßige Staatsgewalt umgekommen sind, geben dieser Forderung Recht. Zusammenfassung Locke galt weniger als analytisches Genie, sondern mehr als Anwender eines Common Sense, was unter anderem auch Karl Marx anmerkte. Die zweite Abhandlung über die Regierung zeigt, dass die wesentlichen Grundlagen des Kapitalismus keinen hohen Intellekt brauchen, um diese zu erfassen. Es reicht der gesunde Menschenverstand. Zu den Grundlagen, die hier genannt wurden, zählen Die Gleichheit vor dem Recht Die Achtung der negativ definierten natürlichen Freiheit Leben, Freiheit und Eigentum als die elementaren Menschenrechte Die Menschenrechte als Abwehrrechte Die Achtung der Vertragsfreiheit Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Das Recht auf Selbstverteidigung Das Prinzip des neutralen Richters Das Selbsteigentum Das Prinzip der Erstimbesitznahme Die Selbstverantwortung Der Individualismus Die Gewaltenteilung Und das Recht auf Waffenbesitz Das Recht auf Waffenbesitz